Droht in Europa die Hyperinflation? Herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo wir uns einmal ein paar Charts zum Thema Inflation, Rezession, Wirtschaftswachstum reinziehen werden. Wir alle wissen, die Inflation war der entscheidende Faktor der 2022, die Aktienmärkte in Talfahrt geschickt hat. Wir alle wissen, dass wir in den 70er Jahren eine ähnliche Situation haben. Und nun wollen wir herausfinden, ob man die beiden Zeiträume vergleichen kann, was wir daraus lernen können und was das für deine Investments bedeutet. Wir starten sofort rein mit einer kurzen Zusammenfassung. Das GDP-Wachstum in Europa ist stark gesunken. Deutschland, das Zugpferd Europas, droht wieder zum lahmenden Fuß Europas zu werden. Wenn genauso wie das schon vor der 2000er oder zur 2000er Jahreswende war, dann gibt es erhebliche Unterschiede beim Thema der Inflation zwischen den USA und Europa. Und die große Frage, macht die EZB gerade einen Policy Mistake, also einen entscheidenden Fehler? Wir werden uns die Fehler der Vergangenheit einmal ansehen und sehen, was wir daraus lernen können. Und kommt es zur Hyperinflation? Also wir sehen hier einmal direkt, dass die Core-Inflation in Europa immer noch sehr, sehr stark ist. Wenn man einmal einen längeren Zeitraum betrachtet, dann sieht man, dass die Core-Inflation in der gesamten Eurozone, also seitdem es den Euro gibt, war sie noch nie so hoch. Der Chart fängt erst 2005 an, aber auch davor. Wir hatten seitdem das Projekt Euro besteht noch nie eine so hohe Core-Inflationsrate. Und das ist natürlich bedächtlich. Die Deutschen haben natürlich kulturell im Vermächtnis noch die Jahre 1923 der Hyperinflation, der galoppierenden Inflation im Kopf. Wir werden auch kurz darauf eingehen, ob das ein mögliches Szenario ist. Aber wir wollen jetzt erst einmal weiter gehen, denn in diesem Chart sehen wir hier einmal die Core-Inflation, das GDP-Wachstum und die Rezessionen der letzten Jahre. Und wir sehen einfach hier, dass das GDP-Wachstum, und zwar das reale Wachstum, es kannst immer, und da freuen sich natürlich die Politiker, Du kannst immer einfach Inflation erzeugen und dann das GDP aufblähen. Das ist für die Politiker ein gefundenes Fressen, weil durch die kalte Progression rückt jeder in einen höheren Steuersatz, weil er ja auch mehr verdient. Dadurch muss er prozentual mehr abgeben, die Staatskassen sprudeln, der Staat hat mehr Einnahmen und gleichzeitig werden seine Schulden weniger los. Deswegen hat der Staat auch in der aktuellen Situation natürlich ein Interesse, Inflation zu erzeugen. Da haben wir auch den großen Konflikt zwischen Staaten auf der einen Seite, also Fiskalpolitik und Notenbank, also monetärer Politik. Aber wir sehen einfach hier, dass die wirtschaftliche Situation nicht gut aussieht. Wir sehen hier die kurze Rezession zu Covid und dann 2020 und dann sehen wir, dass wir kurz eben einen Boom hatten, Wirtschaftswachstum, der jetzt eben ganz stark abnimmt. Und dann ist auch natürlich traurig, wenn man sich Deutschland einmal ansieht. Wir sind wieder zum hinkenden Fuß in Europa geworden. Wir sehen Deutschland eigentlich hier seit 2015 saisonal und kalenderbereinigt. Hat sich in Deutschland, wir sind hier ganz wenig nur getan. Und das sind einfach wirklich, wirklich schlechte Wachstumsraten. Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr schwierige Situation, was zu enormem Konfliktpotenzial führt. Wenn euch das interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann mache ich auch mal mehr Videos darüber, was eigentlich gerade in Europa passiert. Es ist so entscheidend, sich das reinzuziehen. Einfach deswegen, der gesamte Erfolgsfaktor Europa war eigentlich auf Deutschland gefußt, was das Ganze wirtschaftlich nach vorne treibt. Und man dann eben gesagt hat, naja, wenn Deutschland die EU finanziert, den gesamten Euro-Raum finanziert, dann passt das schon. Weil deswegen haben wir keinen Krieg. Das Problem ist nur, wenn Deutschland nicht mehr zahlen kann, haben wir ein echtes Problem. Das ist ein kontroverses Thema, das ich mal gerne beleuchten würde. Was ist das Stagflationsrisiko? Stagflation heißt, wir haben kein Wirtschaftswachstum. Dann musst du dir das reale Wirtschaftswachstum ansehen. Wie gesagt, die Politiker schummeln, was das Zeug hält. Nicht nur bei der Berechnung der Inflation, auch beim Wirtschaftswachstum wird eben oft geschummelt. Es geht darum, sich anzuschauen, real. Also wächst die Wirtschaft über die Preisentwertung, über die Inflation hinaus. Und das Problem der Stagflation ist eben, dass du geringes Wirtschaftswachstum hast, aber gleichzeitig Arbeitslosigkeit. Und dadurch, dass die Arbeitslosigkeit nach oben geht, ist natürlich die Nachfrage gering. Und es entwickelt sich aber Inflation, weil vor allem Politiker in dieser Situation immer dazu neigen werden, einfach die Druckerpresse anzuschmeißen, weil sie da noch das Wirtschaftswachstum ankurbeln wollen. Wir hatten Stagflation bereits in der Geschichte. Vor allem die Periode 1970 bis 1980 war katastrophal. Wir hatten auch mal den Deutschen. War es der Schmidt? Ich glaube, es war der Schmidt, der Kanzler, der eben gesagt hat, Ihnen sind lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Leider hatte er ein paar Jahre später 8% Inflation und 8% Arbeitslosigkeit. Denn es gibt die einfache Lösung, das ist immer über die monetäre und die Fiskalseite zu stimulieren. Aber das löst nicht das Problem. Wir sehen hier auch in den USA ist die Core-Rate sehr, sehr hoch. Und wir sehen vor allem hier, wenn wir uns die 70er Jahre ansehen, was dann passiert. Du siehst hier, die Core-Inflation geht hoch und dann ist auch die Arbeitslosenrate hochgegangen. Und dann geht die Arbeitslosenrate runter und die Core-Inflation geht runter. Aber du hast immer diesen erneuten, aufflammenden Trend. Und dann hast du hier gesamt dieses Dekade, diese Dekade. Das ist das große Risiko, in dem wir uns eben befinden, wo du 10 Jahre eben damals eigentlich von 1968 ungefähr bis 1980 hattest du 10 Jahre Stagflation. Das war für Aktien der absolute Horror. In dieser Zeit ist der S&P 500 von 68 bis circa 78 ist der S&P 500 hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und gleichzeitig hattest du akkumuliert 70% Inflation, also Kaufkraftverlust. Natürlich hat der Aktienmarkt danach wieder brutal angezogen. Aber wir sehen einfach, das ist fürs Investieren der brutale Horror. Wir sehen hier auch, wenn die Core-Inflation hochgeht, zieht dann eben die Arbeitslosenrate nach. Und das ist eben eine Gefahr, die wir jetzt haben. Wir sehen, die Core-Inflation ist richtig hochgegangen. Und jetzt ist die große Frage, ob auch die Arbeitslosenrate entsprechend hochgeht. Wir haben eine andere Situation. In den 70er Jahren wurden die Babyboomer in die Workforce, also in das Arbeitsleben, inkludiert. Das bedeutet, es gab viel zu viele Leute, die Arbeit gesucht haben und viel zu wenig Leute, die Arbeit gegeben haben. Das ist ein entscheidender Faktor, den wir jetzt nicht haben. Es geht also nicht darum, die Vergangenheit in die Zukunft zu extrapolieren, sondern sich zu überlegen, was war gleich und was war verschieden, um eben dann Indikationen für die Zukunft zu machen. Heutzutage wird die Arbeitslosenrate wieder hochgehen, aber nicht so stark wie damals, weil wir eben strukturell eine ganz andere Situation haben und jetzt Arbeitskräfte suchen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wir viele Leute haben, die nicht arbeiten wollen und das natürlich vielleicht mit AI. Und wenn sich das alles jetzt in den nächsten Jahren richtig entwickelt, vielleicht auch viele Arbeitsplätze einfach abgebaut werden. Jetzt schauen wir uns einmal nochmal in Europa an, wie es gerade mit den Zinsen aussieht, weil es geht jetzt dazu, ob die EZB gerade einen Politikfehler macht. Wir sehen, die Zinsen wurden brutal hochgeprügelt. Wir sehen aber auch, dass das reale Wirtschaftswachstum brutal runtergeht. Das ist eben genau das, was du nun mal hast. Hohe Zinsen sorgen dafür, dass du dann in eine Rezession reinschlitterst. Genau das wird hier bei uns auch passieren. Wir sehen hier schon die ersten Anzeichen, dass eben die Bankruptcy-Filings, also die Insolvenzanmeldungen, brutal nach oben gehen. Das mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der nicht weiß, was Insolvenz bedeutet oder denkt, man könne das anmelden oder eben nicht anmelden, wie einen obliegt und da völlig die Realität zur wirtschaftlichen Situation verloren hat. Wir sehen hier auch, dass die Purchase Manager Indexes declinen, also die gehen nach unten. Das ist auch eben ein Anzeichen, dass die Rezession droht. Wenn wir hier noch einmal weitergehen und uns das GDP-Growth und die Core-Inflation ansehen, haben wir jetzt eben hier den entscheidenden Faktor. Wir vergleichen die Situation einmal mit vergangenen Rezessionen. Und wir haben hier die Core-Inflation, die brutal hochgegangen ist. Die Frage ist jetzt, geht sie runter oder nicht? Wir sehen natürlich hier, dass das sich aufs Wirtschaftswachstum hart auswirken wird. Wenn, und das ist wirklich wichtig, die Core-Inflation jetzt richtig, richtig runter geht, dann besteht sogar die Möglichkeit eines Soft-Lendings. Aber da wird ganz viel eben die Inflation entscheiden, ob wir dieses Soft-Lending sehen können. Jetzt geht es um den Policy-Mistake. Also der Policy-Mistake ist eben, wenn die Zinsen zu stark nach oben gedonnert werden, dass du dann die Wirtschaft brutal abwirkst. Es gibt aber meiner Ansicht nach auch die Theorie, dass die FED die Wirtschaft oder auch Europa die Wirtschaft mit Absicht abwürgen wollen. Weil wenn die Wirtschaft in eine brutale Depression fällt, in eine brutale Rezession, können sie die Zinsen senken. Und wenn sie die Zinsen senken, naja, dann können sich die Staaten wieder langfristig lang verschulden. Die Corona-Schulden werden irgendwann fällig, durchschnittlich werden alle drei, vier Jahre die Schulden refinanziert im Schnitt. Und das heißt, wenn die Corona-Schulden refinanziert werden sollen, will man das zu günstigen Konditionen machen und eben nicht zu vier, fünf Prozent, wo wir uns aktuell befinden. Der andere Policy-Fehler ist, die Zinsen zu schnell zu senken. Das sehen wir auch in den 70er Jahren, was dann passiert ist. Dann heizt das die Inflation wieder an. Aber generell ist der Begriff Hyperinflation natürlich reines Clickbait, denn es wird keine Hyperinflation geben. Das hat damit zu tun, dass Crash-Propheten, Markus Krall und so weiter, sprechen schon seit Jahren von Hyperinflation. Ich weiß noch, im dritten Quartal 2019 hätte sie kommen sollen, hat er sich einmal festgelegt. War natürlich totaler Bullshit. Hyperinflation hast du nur dann, wenn du in Fremdwährungen verschuldet bist. Das bedeutet, Hyperinflation kann Argentinien haben, weil sie im Dollar verschuldet ist und sie können dann Pesos drucken, aber das bringt nichts, weil sie Dollar zurückbezahlen müssen. Solange du in deiner eigenen Währung verschuldet bist, die FED ist in Dollar verschuldet oder der US-amerikanische Staat, nicht die FED, ist in Dollar verschuldet, die europäischen Staaten sind in Euro verschuldet, die kann die EZB drucken, was sie will. Es wird keine Hyperinflation geben. Aber wenn du jedes Jahr nicht mehr ein, zwei Prozent Inflation hast, sondern vielleicht die neuen drei, vier oder fünf, sechs Prozent Inflation hast, dann wird das langfristig dafür sorgen, dass du brutal viel Kapital verlierst, wenn du dich nicht entsprechend absicherst. Und das ist aber nochmal ganz wichtig, Hyperinflation wird es nicht geben, aber eine höhere Inflationsrate, drei, vier Prozent oder so, tut langfristig auch richtig weh. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir eben 2007 von der FED diesen Policy Mistake hatten. Sie hatten hier die Zinsen brutal hochgedonnert und dann hatten wir eine Rezession. Und wie gesagt, es ist aus Sicht der Notenbank fast unmöglich, dieses Soft-Landing, dieses schönsten Goldilöckchen-Szenario und die schönste aller Welt hinzubekommen. Weil woher soll die FED wissen, wann der Zins zu hoch ist? Das kann sie nicht wissen, deswegen erhöht sie ihn immer, bis sie das Gefühl bekommt, dass eben die Inflation besiegt sei oder es klappt. Und dann hat sie ihn meistens aber zu hoch erhöht. Die Lehre der Geschichte zeigt, dass die Notenbanken immer dazu neigen, das Problem zu spät zu erkennen, dann zu stark zu agieren. Das bedeutet, man hat zu spät angefangen mit den Zinserhöhungen und wird sie vermutlich zu lange, zu weit durchführen, bis dann das Hard-Landing passiert. Wir sehen das Gleiche auch. 1975, da hatten wir eben auch einen Policy Mistake, aber eben genau andersrum. Da hat man die Zinsen einfach viel zu früh gesenkt. Also wir hatten die starke Inflation 73, dann hat man die Zinsen zu schnell wieder gesenkt und dann ist die Inflation, das sehen wir hier schwarz, wieder brutal angezogen und deswegen hattest du eben diese Lost Dekade, weil du über zwei, über zehn Jahre zwei Inflationswellen hinweg zu bekämpfen hattest. Und jetzt, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wir einen Policy Mistake à la 2007 sehen, wo der Zins zu lange zu hoch ist, wie damals 75, wo man ihn zu schnell gesenkt hat, weil der Royal Paul, zum Beispiel der US-amerikanische Notenbank-Vorsitzende, auch immer gesagt hat, Chef auch immer gesagt hat, wir werden den 75er-Fehler nicht wiederholen. Das bedeutet, Sie gucken vermutlich darauf, Sie wollen die Inflation besiegen, auch wenn das eine harte Wirtschaftslandung zufolge haben wird, was Ihnen vermutlich auch sehr gelegen kommt, denn dann können Sie wieder die Zinsen senken. Wir sehen jetzt hier auch einmal, dass wir in Europa die unangenehme Situation haben, dass wir noch keine realpositiven Zinsen haben. Inflation wird aber immer erst dann geklärt oder erst dann gelöst, wenn der Realzins positiv ist, also wenn der Zins über der Inflationsrate ist. Das ist in den USA bereits der Fall, denn in den USA und in Europa ist die Inflation verschiedener Natur. In Europa haben wir vor allem das Energiepreis-Thema, das uns eben auch diesen Winter vermutlich wieder richtig fertig machen wird. Die USA sind energietechnisch viel, viel autonomer. Deswegen ist jetzt in den USA oder in Europa ist jetzt natürlich noch die zweite Frage, wie gut es mit den Löhnen wird. Inflation ist ganz wichtig, das Lohnniveau ist eine der wichtigsten Komponente und wenn jetzt die Lohnerhöhungen zu stark ausfallen, wird das wieder inflationstreibend sein. Also in den USA sieht die Situation viel, viel besser aus. In Europa, als in Europa zusätzlich, hat Europa das Problem, dass es komplett fragmentiert ist. Also wie gesagt, wenn ihr mal mehr erfahren wollt, wie die wirtschaftliche Situation und die Zusammenhänge der eigenen Staaten sind, dann lasst es nicht wissen, mache ich gerne ein Video drüber. Wir sehen auch hier jetzt, dass wir noch die unangenehme Situation haben, wenn es darum geht, die Inflation zu bekämpfen. Unangenehme Situation haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Es gibt also mehr offene Stellung, es gibt mehr Angebot an Arbeit, als Leute, die arbeiten wollen. Und das war ja auch das, was ich vorher angewähnt oder erwähnt habe. In den 70er Jahren war eben der Unterschied, dass wir viel mehr Babyboomer hatten, die arbeiten wollten. Jetzt haben wir viel weniger Leute, weil die aktuelle Generation einfach viel, viel schwächer ist, die Babyboomer gerade in Ruhestand gehen. Und da ist der entscheidende Unterschied zwischen den 70ern und jetzt, weshalb ich mir eher ein Szenario wie 2008 vorstellen kann, wenn dich das alles interessiert, dann solltest du auf jeden Fall unseren Börsenbrief ausprobieren. Kommt einmal im Monat raus, einfach deswegen, weil wir den Neues rausnehmen wollen. Es geht darum, einmal im Monat sich proaktiv mit dem Portfolio und der aktuellen wirtschaftlichen Lage auseinanderzusetzen. Den Börsenbrief schreibe ich mit meinem Mentor. Der macht das Assetmanagement in einem DAX-Konzern. Er ist also ein Aktienprofi. Und wenn du ihn einmal ausprobieren willst, 30 Tage kostenlos, kannst du ihn testen, lesen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Also wir sehen hier auch noch einmal, was ich bereits angesprochen habe. Die Inflation ist hoch und die Unemployment Rate ist wahnsinnig niedrig. Also jeder, der arbeiten will, darf arbeiten. Und das ist natürlich ein wichtiger Zusammenhang, weil wir ja, wie gesagt, eben, ich habe es ja gerade beschrieben, den Unterschied zu den 70er haben. Also, wie geht es weiter mit der Inflation? Vermutlich muss die Arbeitslosenrate steigen, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Einfach deswegen, wenn die Arbeitslosenrate steigt, haben weniger Leute Arbeit. Wenn weniger Leute Arbeit haben, dann ist die Nachfrage geringer. Wenn die Nachfrage geringer ist, dann wird weniger konsumiert und dann hast du natürlich weniger Preisdruck. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall raus, Hyperinflation wird es nicht geben. Aber es kann in Europa gut sein, dass die Inflation strukturell ein paar Prozent höher bleibt. In den USA werden sie das meiner Meinung nach eher in den Griff bekommen. Und wir sehen hier jetzt eben noch mal diesen möglichen Policy Mistake, dass die EZB jetzt weiche Knie bekommt, die Zinsen sinkt und dann die Inflation wieder durch die Decke geht. Aber momentan sieht es eher andersrum aus, dass eher die Zinsen longer for higher, also higher for longer, länger, länger, oben und hoch bleiben. In dieser Hinsicht, lass ein Like da, lass einen Kommentar da. Wie siehst du die aktuelle Marktlage? Was sagst du zur Inflation? Das interessiert mich besonders. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Family und subscribe den Channel, dass du up to date bleibst. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns beim nächsten Video. Das ist Scho- tsch. nisko. Tschüss.